Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Sie warten zum Balkon-Möcki-Flughafen. Wenn wir das hinwollen, müssen wir durch diese Mine. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Hey, hast du das gehört? Sie sind infiziert! Vorsicht, Jessica! Deswegen mag ich Chihuahuas! Ist das Flugzeug wieder transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veltro von den Toten auferstanden. Ja, und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Das ist das Flugzeug. Das ist das Flugzeug. Das war's. Das war's für heute. 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 Hier, Forkborg. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Balkon Mocky-Flughafen. Verdammt! Das war eine Falle! Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jyn und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. Unmöglich! Oh, Brian. Schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltruhrwappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jyn und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Oh, Brian. Wir werden Jyn und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufen. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Die Ahnung, was hier los ist. Das ist das Drei. 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 Ich halte euch auf dem Laufen. Vielen Dank.